Und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Session. Gucken wir mal folgendes diesmal, während ich am Stück aufnehme. Ja, wir waren irgendwo stehen geblieben. Mit den Papageien. Schauen wir uns das nochmal an. Also wir haben ja schon das Kaffeepulver. Das haben wir schon durch. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wir haben den blöden, betolten Papageien. Ich glaube, den werden wir brauchen. Um die Toni abzulenken. Mir ist aber echt noch nichts eingefallen. Die Haken kommen wir nicht dran, ne? Finger weg von meinen Sachen. Und von den Coupons. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken. So wie das hier draufsteht. Okay. Punkt eins. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich ein Dreck um andere Menschen schert. Punkt zwei. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest... Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Tja, ähm... Moment, jetzt guckt sie nicht hin. Ah, ouch! Ey! Ähm... 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 Okay. Oh, guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt... Ähm... Warte mal! Du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte! Ich verblute hier! Ja, wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch! Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du nicht... niemals dazu lernen wirst. Also hier! Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden! Das war jetzt einfach. Finde ich gut. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Jo. Okay, wir haben Apothekenschlüssel. Äh, achso, haben wir jetzt auch einen Haken. Und? Da ist vielleicht noch einer am Finger hängen geblieben. Oh ja, da ein Haken. Warte! So. Den Apothekenschlüssel haben wir auch. Moment, da gehen wir zuerst hin. Dann hätten wir... Moment, wie ist das Ding? Belebende Flüssigkeit? Wo war denn das Rezept? Hier. Achso, das war das Stierblut. Genau, dann die Batteriesäure ist das energiereiche Wasser und klares Wasser. Moment, jetzt brauchen wir dann... Wenn wir da schon rankommen, dann plündern wir die Apotheke auch. Zack. Ach, der Ofen brennt immer noch. So, Apothekenschlüssel. Hausapotheke. Ah, Beruhigungsmittel. Okay. Na gut, das ist das Gegenteil von Aufwunschmitteln. So, jetzt haben wir aber diesen schönen Luftballon. Jetzt müssen wir wieder zu Winzel. Da haben wir ja schon Löcher unten ins Rohr gebohrt. Und... Also am Anfang hatten wir ja gesehen, wenn wir da dran ziehen, kommt da Wasser raus. Das muss das Ding bloß da drüber sein. Also gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Haken funktioniert oder ob er wieder wegfliegt. So, den Luftballon mit Haken in den Kaminofen schieben. Jawohl. Hm, irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Noch nicht. So. Jetzt müssen wir da oben hin. Und hoffentlich klappt das zum Wassertank. Das Weißchen kommt noch nicht rein. In der Gasse haben wir gerade auch nichts. Wir hoffen, wir brauchen mal, dass Winzel uns seine Wartenummer gibt. Dann kommen wir zumindest schon mal zum Bürgermeister. So. Wir schubsen das Rohr. Ha, perfekt. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Genau, schnell hin. Ach, das ist schon ein toller Freund. Schneller, Rufus, sonst verpasst du's. So, Letze. Oha. Er hat's schon gemerkt. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm, schnell. Du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel? Freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reif. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir... Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha. Ich bin reif. Toll. Da. Ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Aber wir können dir wünschen. Gute Liebe. Und. Ich muss doch von diesem Geplätscher entfernen. Das ist ja nicht. Aber bei Kürze oben. Na ja, Entschuldigung. Hör mal zu, das Ding. Ach, jetzt. Schade. So, er ist reich. Demzufolge ist er ja wahrscheinlich im Rathaus, oder? Schnell raus hier. Das Geplätscher geht hier mal auf den Biss. So. Können wir da oben das Ding wieder ausschalten, damit es nicht ganz so tolle plätschert? Schnell reißen. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Okay, da können wir nichts mehr machen. Dann zum Zitulaufzentrum und ab ins Rathaus. Schauen wir mal, was da so los ist jetzt. So. Da ist er ja, der Winzel. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er erwartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet. Und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus. Du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Das sind wir. Ja. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Okay. So, dann willst du noch was zu erzählen. Ach, Rufus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Das hatten wir schon. Na, wir gucken mal, was wir ihm erzählen. Gehen wir erstmal rein. Na? Oder auch nicht. Ähm... Ah, jetzt... Lotek! Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Was wird denn? Lotek? Oh, eine Uhr. Äh? Was? Wer stört? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ha, ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem. Wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Nur Verrückte. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum, denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich hab gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja. Hervorragend! Sie werden auch ganz schön gucken, Lothik. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Okay. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Hahaha. Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Also ich glaube, wir brauchen gute Argumente, ne? Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Tja, der geht wieder schlafen. Hm. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Mal gucken. Nächster, bitte. Hm, ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Tja, was haben wir noch so? Ein Club. Was für ein Schrotthaufen. Oh. Ein Glas. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Und ein Schlüssel. Da ist ein Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa-Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Aber guck mal, Fernschreiber. M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R-I-D-O-N-E. Verdammt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, jetzt schauen wir mal, was gibt es hier noch irgendwas? Klingel, der Globus, der Fernsprecher. Ach, die Klingel. Die wird bestimmt wieder den Bürgermeister hervor, oder? Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Nimm mal das Kissen. Oh, Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Und? Ja, ja, okay. Jetzt haben wir, okay. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Tja, aber hier haben wir ein Glas. Da könnten wir doch die Batteriesäure mit holen, oder? So, gehen wir doch mal nach da vorne. Ach, das Wasser hat auch aufgehört. Was, ein Glück. So, da, 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 da. Sind wir endlich da? So, der ist immer noch wütend. Das Gläschen. Glittersäure. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. So, das könnten wir jetzt ja mischen. Da. Energiereiche Säure und belebendes Stierblut. Genau was gutes Kaffee-Wasser braucht. So, energiereichnis für belebendes Wasser. In den Freienachtsurten muss das alles in das Glas. Okay. Das heißt, wir brauchen noch etwas Klares Wasser. Da gucken wir doch mal, ob nicht die Quelle unten beim Wenzel uns das schon liefert. Ah, der Stiermut immer noch. Guck mal, ob uns der Wenzel überhaupt dranlässt an die Wasserquelle. Wahrscheinlich nicht mehr. Ah, keiner da. Ab in den Keller. So, jetzt. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Oh. Okay, das geht nicht. Dann, ähm, ja, was machen wir? Dann gehen wir ins Rathaus, mal gucken, was so ein Sitzungssaal los ist. Mach's mal ein bisschen schneller. So. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also, schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Oh, aber Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Lotec. Vergessen Sie das nie. Sieh an. Benzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen? Oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Goal aufwart. Damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können. Aber warum sollte Goal, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus. Du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Tja. Blub. Oh, aber Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Lotec. Vergessen Sie das nie. Ach so, Beruhigungsmittel, ja. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. So, überlegen wir mal. Hier brauchen wir noch klares Wasser für. Und wir haben das mit dem Erdmagnetfeld. Tja. Die Wünschelrote rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Ach so. Moment mal. Wir haben doch irgendwann mal gehört, dass hier noch Wasserreserven im Rathaus lagern müssen. Also gucken wir doch mal. Mal, wenn, dann geht es wahrscheinlich beim Bürgermeister lagern. Äh, die Wünschelrute. Wasser entblieben. Oh. So war das jetzt mal eigentlich nicht geplant. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Okay, so war das jetzt zwar nicht geplant, aber auch gut. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Oh, ja, genau. Nein, nein, ich glaube, der gehört hier rein. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? So, nehmen wir doch mal die Schnapsflasche mit. Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Guck mal, kippt uns da einfach mal rein. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Oh. Ach so. Ah, klarer. Alles klar. So, jetzt haben wir das auch. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das heißt, wir können doch jetzt mal den Kappel machen gehen. Jetzt haben wir doch alles. So, gehen wir doch mal nach Wiesalon zu. Wir können zu Lonzo. Espresso ist fertig. Moment, da kann man den Tank. Ab in den Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Äh, ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr, Götter der Vorväter, mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression, bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum. Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, äh, okay. Das geht doch schämen. Ähm. Sind... Sind wir... tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, hab ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Okay. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ja, guck mal, ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Äh, warte mal, ich könnte ja mal Papageien ausprobieren. Hey, du, aufwachen! Hey, du, aufwachen! Geh doch, Schnarchschnabel! Das hat sogar funktioniert. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Na, dann können wir noch den Papageien mal der Toni geben, oder? So, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Und mal gucken, ob das überhaupt geht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau!